So Freunde, da sind wir wieder zurück bei The Universe im Folge 5 mit mir im Lufo und unserem schönen kleinen Dorf hier. Ich weiß nicht, ich finde das Spiel irgendwie geil. Es hat so diesen geilen Humor. Es ist zwar Early Access und so weiter, alles noch in Entwicklung, aber es ist irgendwie geil. Es hat Herz und ich stehe da drauf. Steinhütte ist fertig. Wir sind fast soweit und haben hier fast die Schule mittlerweile und danach sind wir auch relativ gut dabei mit den nächsten Sachen hier. Das ist auch geil, Feierlichkeit. So funktioniert das nicht ganz mit der Worttrennung, oder? Aber naja gut. Wir haben auch genug Essen momentan, was auf jeden Fall schön ist. Hallo? Wir haben zwei Leute, die hier im Essensding arbeiten. Und ich glaube, man sollte auch nicht zu viel Essen machen, weil ich glaube, das irgendwie mit der Zeit verrottet. Der Wasserverbrauch. Menge an Elektrizität. Ja, sowas haben wir nicht. Hohes Alter. Vermutlich das Beste. Wo kann ich denn sehen? Keltoba. Wo ist denn Keltoba gestorben? Wild Building. Was soll man discovered? Geschichte erzählen. Aha, so eine Mischung aus Deutsch und Engläs. Ach, hier ist er. Und der hat ihn jetzt ersetzt, oder was? Aha. Oh. Das ist schon der Zweite, der einfach im Wasser gestorben ist. Kikita. Ist das hier voll? Ne. 79. Ich glaube, wir brauchen aber mehr Lager demnächst, weil das hier ist auch ganz gut mit dabei. Ich glaube, ich baue hier oben noch ein Lager hin für nur Holz und Steine. Weil ich hier demnächst wahrscheinlich auch... Huch, was ist denn jetzt? Ist hier irgendwo ein Wirbelsturm oder sowas? Warte, was heißt das? Tornado. Das heißt wohl Tornado, oder? Tornado. Kann ich das irgendwie wegmachen? Sturmwind. Freudenschub. Tornado. Lol. Wreckt, Junge. Krass. Okay, in zwei Minuten gibt es also ein Tornado. Tornado. Ich hoffe, dass der nicht allzu viel kaputt macht. Das ist mir noch nie passiert, dass ein Tornado da war. Keine Ahnung, was da passiert. Ob da irgendwas kaputt gemacht wird. Was haben wir denn hier unten? Aktueller Sauerstoffgehalt in der Atmosphäre. Verbleibende Menge auf dem... Aha, okay. Bleibende Menge Gas auf dem Planeten. Gibt es also auch noch nicht, so wie es aussieht. Und in einer Minute. Uh, wir haben ganz schön hohe Kriminalitätsrate, oder? Your civilization happiness has resulted in less crime. Okay. Kriminalitätsrate hoch. Was kann ich denn dagegen machen? Kann ich hier irgendwie ein Gefängnis oder sowas? Elektrizität, Ministerium, Windenergie. Das bräuchte ich jetzt mal bei einem Tornado. Aber... Jagdhütte? Hm. Fischernetze, Bibliothek. Ruhe. Was steht da? Ruhe. Runde Zahnräder. Ach so, okay. Äh. Ja, keine Ahnung, ob ich hier irgendwo ein paar Polizeidingen machen kann überhaupt. Wenn ich ehrlich sein soll. Sollte wohl eigentlich gehen, oder? Ja. Ich habe sogar die Göttertaschenlampe am Start. Okay. Wer gewinnt hier gerade? Elf. Ähm. Und was hat der für Dinger? Medizinische Hilfe und Nuggets. Schenkender Medizin. Mehr Beachtung. Verringert die Vorbereitungszeit für Medizin um 90%. Ja. Klingt nach einer guten Wahl, wenn du mich fragst. Weil die sich dauernd wehtun. Schububel. Haben sich verbunden können jetzt. Flitterwochen genießen. Okay. Huch. Ein Tornado wurde gesichtet. Wo? Look at all of those colors. Isn't fall beautiful? Someone should really make a painting before you leave the planet to ruin. Was passiert, wenn ich die Jahreszeit jetzt auf Sommer ändere? Oder auf Frühling eher. Frühling. Fun fact creator. Did you know that tiny little gnomes operate water pumps? Es hat geklappt. Okay. Okay, wir brauchen Bunker, Freunde. Es, äh. Kann ich Bunker schon bauen? Bunker. Bunker. Ich sitze in meinem Bunker. Schule kann ich bauen. Okay. Bunker nicht, so wie es aussieht. Ich baue aber ganz gerne mal eine Schule. Ähm. Wie wäre es denn hier? Hier ist ja so ein bisschen... Äh. Nee. Ich muss das irgendwo hin tun, wo nicht so viel... Ah, hier vielleicht, oder? Ich drehe es mal ein bisschen. So. So. Und Wachturm. Ähm. Wachturm wäre wohl nicht ganz falsch. Den kann man ja mal... Wenn ich hier so, oder? Ja. Äh. Wo kann ich denn hier einen Bunker kriegen? Bunker. Verstärkter Bunker. Okay. Und der ist wo? Wachturm. Grasweberei. Es ist immer so schwer, das hier zu finden. Kann man hier... Hier. Hätte man nicht mal stattdessen... Ähm. Hups. Hätte man nicht mal stattdessen irgendwie machen können, dass man danach suchen kann oder sowas. Naja. Und da liegt hier immer noch... Schon die Fliegen. Krass. Okay. Ich meine, hiermit wird wahrscheinlich nicht überfischt, aber ich habe gesehen, dass es in den... In den Dings... Ähm. Na. Sag's. In den Forschungsteilen eine Fischernetz... Teil gibt. Eine Fischernetzteil. Ja, ich verstehe mich auf jeden Fall. Ähm. Und... Ups. Moment. Moment. Hallo? Ah, ja, okay. So, hier. Und das sollte reichen. Ach, hier ist noch gar nicht fertig. Ich wollte gerade schon sagen, naja. Wir haben zu wenig Essen oder zu wenig Wasser auf jeden Fall. Deswegen würde ich ganz gerne mal hier priorisieren, wie das Spiel so schön sagt. Kann ich das hier eigentlich upgraden? Nee, ne? Wasserstatus, minus 5. Krass, okay. Ich weiß, es ist wahrscheinlich übertrieben, aber... Mann, bin ich blöd hier. Ich mach mal noch eins hier hin. Nur so, dass wir wirklich genug Wasser am Start haben, weil... Oh. Woop. Ups, das war nicht so geil. Ähäähä. Ähäähä. Was? Ich wollte den nicht aufheben. Ich wollte den hier aufheben. Ach, Mann. Wieso kann ich den hier nicht aufheben? So. Kann ich den eigentlich... Warte mal, das will ich jetzt mal probieren. Ich weiß, respektlos und so, aber... Huch, der fällt ja gar nicht runter. Da ist so weit oben, dass er jetzt nicht mehr runterfällt. Ah, okay. So, da sind wir auch wieder. Ist nur noch ein blutiger Fleck jetzt. So. Wir haben immer noch Minuswasser. Was ist denn da kaputt? Ach, das ist nicht fertig, deswegen. Watchtower. Ja, da müssen wir natürlich ein Nugget reinstecken. Machen wir mal halb Bomber. Es wird kein Wasser zu Lager geliefert. Welches Lager? Das hier. Hat das hier eigentlich auch eine Reichweite? Nee, ne? Ich bin dabei, Bro. Bauarbeiten abgeschlossen. So, wir machen jetzt mal hier einen Lehrer rein. Warte mal. Hier ist irgendeiner am Hämmern und das nervt mich gerade ein bisschen, aber gut. Äh, Bauarbeiten abgeschlossen. Welche denn? Holzraffinerie hat keinen... Hat einen letzten Schliff erhalten. Ach so, Moment, warte, was? Steinreferien ist fertig. Hä? Warte. Eisenmine? Forschung Steinberg. Hä? Wait, what? Muss das hier in der Nähe von sowas stehen oder so? Ich will das jetzt nicht irgendwo hinbauen. Was ist, wenn das dann nicht richtig ist? Nein, hör auf. Scheint ja nicht überall stehen zu können, so wie es aussieht, oder? Nee, das heißt, es muss in der Nähe von irgendwas stehen, aber was es ist, weiß ich nicht. Ist das hier Eisen oder was? Moment. Was bist du? Du bist Stein. Und wieso muss die Eisenmine in der Nähe von Stein stehen? Kann mir das jemand erklären? Mann. So. So. Durchführung, Routine auf... Aaron. Okay. Ja, ich habe ihn doch... Ach nee, hier ist noch einer. Okay. Nugget has started believing in you. Die guten alten Nuggets. Wie viel Essen haben wir dann? 158. Krass, okay. Lebensmittel, Konservierung. Holzofen. Aber wie konserviere ich dann die Lebensmittel? Lokales Geschäft und Bunker. Lass das. So. Mhm. Könnte noch mal einen Park bauen, oder? Oder ist das unnötig? Das macht die wahrscheinlich einfach glücklich, oder? Ich würde den jetzt eigentlich ungerne. So. Ich hoffe, dass das jetzt nicht hier kollidiert irgendwie. Sonst wäre irgendwie schade. Ach ja. Ähm. Tut gar nichts. Okay. Das heißt, wir brauchen hier ein Lager. Wenn ich aber jetzt hier ein Lager hinmache, dann deckt das das Teil hier vorne ab. Das wäre natürlich leicht ungeil. Wundt in den Hütten hier jemand? Wahrscheinlich schon, ne? Das heißt, ich kann das auch nicht... Oder ich kann es schon, aber ich würde es ungerne nur über die Hütten drüber machen. Kann ich sie irgendwo reinstecken, oder so? Ne, ne? Ich kann es auch nicht so machen, dass es nur eine Hütte weg macht. Ne. Hier vielleicht. So, komm. Ein bisschen mehr nach da. So. Gut. Und dann als nächstes haben wir Bergbau freigeschaltet. Ich bin jetzt leicht verwirrt mit der Eisenmine. Ähm. Ich probiere es einfach mal aus. Wo haben wir das? Hier. Die kann hier nirgends stehen. Hä? Sind das auch meine hier? What the fuck? Das scheinen auch meine Boys zu sein hier. Okay. Kann ich es hier draufstellen? Weißt du was? Ich mach es einfach mal hier hin. So nah, wie es geht. Ich hoffe, dass es jetzt nicht meine Steinmine hier versaut hat. Das wäre jetzt halt extrem blöd. Sorry, falls man mich gerade kratzen gehört hat übrigens. Was ist hier denn? Katastrophe nähert sich. Sturm. Äh. Bunke? Violine kannst du vergessen, Alter. So. Wie sieht es dann aus mit Schule, Freunde? Lernen die hier was? Ja. Die Nuggets lernen hier was? Wir haben aber... Buh. Sorry. Das war... Gerade keine Absicht. Äh. Wir haben aber... Sieben Kinder. Hat mir ein Leiter funktioniert. Ah, Mann. Bergbau. Bergbau. Kann ich jetzt, äh... Gasgrube. Was soll ich denn mit Gas, Alter? Ich will... Särgewerk. Steinmine. Bunker. Okay. Ähm. Kann ich hier irgendwie Polizei oder sowas? Botanik. Botanik. Gewicht heben. Vorrats. Vorratsbildung. Lager Upgrade. Oh ja. Ähm. Und was gibt es noch? Ministerium für Energie. Drahtlos. Gibt es hier echt keine... keine Büllerei und keine Feuerwehr und sowas. Das ist natürlich merkwürdig. Wir haben hier Schamanismus. Ich mach mal Schamanismus, dass ich hier hin kann. Einfach nur so. Ja, Gas lass ich, glaub ich, erst mal kurz. Das brauch ich noch nicht wirklich, ne? Okay, und hier wird auch gebaut. Und hier in dem Lager würde ich gerne alles zulassen. Ne, das darf rein. Das darf nicht rein. Das darf rein. Das darf rein. So, kein Essen und sowas halt. Genau. Gut, das hier hat sich wieder gefüllt. Sehr schön. Was ist hier? Man darf es verbessern. Nice, okay. Was auch immer ich dafür gemacht habe. Ich verbessere die mal alle. Weil ich krass bin. Und das hier darf ich noch nicht verbessern. Okay. Aber ich nehme an, das sollten dann genug sein. Vielleicht muss ich dann noch ein neues Reservoir bauen sogar. Ach ja. Wir haben gerade eine Familie gegründet. Es ist doch alles schön hier, Freunde. Haben wir hier vielleicht noch ein paar Nuggets, die sich freiwillig melden würden für ein bisschen... für ein bisschen Geschlechtsverkehr. Ihr beiden? Noch jemand? Du? Hä? Die beiden sind wohl jetzt schon vergeben, oder? So, gibt es hier noch jemanden, der sich mit dem hier... zusammen tun könnte? Sieht irgendwie nicht so aus, ne? Doch, hier. Ist das eine Frau? Ja, ne? Naja, ich... Ups, ich lasse das mal eben. Ich lasse die mal selbst hier ihren Akt ausführen. So. Äh, ja. Was ist denn hier? Moment. Ach, das ist der Park. Okay. Moment, waren da gerade Laternen? Alles klar. Keine Fragen. Äh, Freunde. Das war's von dieser Folge, ne? Ich hoffe, ihr habt noch einen restlichen, wunderschönen Tag. Wir sehen uns dann in der... geil! In der nächsten Folge wieder. Und, äh, ja. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis dahin, Freunde. Ciao.